Ach Marco, du und dein Haus. Wir haben graue Decke. Grüne Wände. Ja, das ist Marco. Hinter mir schießt Nater vorbei. Sigmund Graf haben wir parat. What the fuck? Hallo. Hi. Wir sehen, dass der Sigmund Graf da war. Pfff. Dün, 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 dün. Das muss an sein. Sobald der hier an ist und der hier aus ist. Was heißt? Der bleibt so wie er ist? Ne. Der geht invertiert. Der geht invertiert, der bleibt so wie er ist. Das heißt, ich ziehe da so ein Repeater durch. Okay, das hätten wir. Woher habe ich bitte die Karte? Die habe ich dir gegeben, dass du so mal nimmst, mal guckst, ob die sich aktualisiert oder nicht. Ob das bloß ein grauer 4-Pixel-Ding ist oder ob das so jetzt ein brauner 4-Pixel-Dings ist. Vielleicht ist er ja auch grün. Du weißt, was ich meine. Wahrscheinlich. Pssst. Das ist doch wohl auch frischig. So, das sollte dann ein Und-Gatter darstellen. Und bitte was? Ein Und-Gatter. Ein Und-Gatter. Könnte ich. 3 x 1. Hoppala, das ist ein. 3 x 1, 1 x 0. 3 x 1 ist 0. 2 x 1 ist 1, 2 x 1 ist 0. Das ist aber nicht wichtig. Da wird das den kleinen Kindern versuchen zu erklären? Ja. Ne. Ja, wenn wir zweimal Ja haben, dann ist die Antwort Ja. Wenn auch nur einmal Nein dabei ist, dann ist die Antwort Nein. Ach der Scheiß. Okay, Papi. Ist ganz einfach falsch. Versteh ich nicht. Tadaa. Das Obernhaus ist fertig. Oh fuck, bei der Endkarte habe ich gar nicht bis zur Ecke vollgemacht. Nee. Nee. Yay. Ey, die Karte hat sich gerade aktualisiert bei mir. Siehst du bei mir? Sag ich doch. Mir hat die sich nämlich nicht aktualisiert, deswegen habe ich mich so gewundert. Na, die aktualisiert sich, wenn du im Bereich bist. Nein, bei mir hat die Karte gerade irgendwie so ein Bug oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin in dem Bereich, es wird mir aber nicht angezeigt. Ein Bagu. Dim, 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 dim. Ich habe schon wieder geschrieben. Du lieb dem dein Netzwerk. Fick dir. Ich leck mich am Arsch. Dir weg. Leck mich am Arsch. Marschum. Ey guck, wir wollen die Leute zeigen, die sehr sehr cool sind auf deinem Netzwerk. will ich aber nicht. Ach komm, lass uns doch dir das mit. Halt die Fresse. Komm bitte. Leck mich. Das ist aber zur Zeit auch noch so eine, so eine ähm, bei dir schon wird ein Kübomhaus. Alter, was habe ich da bitte nicht anständig ausgeleuchtet? Wo? Keine Ahnung. Ne, das geht mir aber sowas von auf den Sack mit diesen ganzen, äh, wie heißt, ne, wie kann man das nennen? Supermorko. Hau da einfach die Kauterin, wo ein ganz anderer hin kommt. Goddammit. Echt? Echt? Kommt da hin? Ne. Pfff. Okay, ich habe jetzt im Wartungsschacht verlege ich auch Schien. Da sollte man dann im Optimalfall halt nicht unten drin rumlaufen, weil es ein Wartungsschacht und dort vor allem dann nehme ich die, die Minecarts, die zurück, äh, die zu, zu anderen, zu einem anderen Ort hin müssen. Ach, die kommt von hier oben? Da steht so einiges. Ne, die Kauter zeigt mir. Ich glaube, das erste leite ich mal das Minecart wieder da hoch. Die Kauter zeigt mir einfach nichts an. Keine Ahnung warum. Und mit der Kauter kann ich nichts machen. Die ist bei mir irgendwie verbuggt. Keine Ahnung warum. Die ist doch irgendwo noch. Oh scheiße. Kacke. So. Irgendwo in meinem Haus verrückt gerade ein Skelett. Ich finde es aber nicht. Okay. Irgendwo hinter einer Wand ist gerade ein Hohlraum. Ja. Bis jetzt haben wir schon mal das Wichtigste auf der Kauter drauf. Und ich werde die Kauten dann weitermachen, sobald es weitergebaut wird. So. Jetzt wird erstmal gepennt. Ich muss den Park fangen. Wie auf dem Monat ein paar bänke daneben ja das kann man machen ein bisschen Blumen ausruhen mit ein paar Blumenkösten sowas kleines eben halt so ein Springbrunnen mit ein bisschen Bezäunung ausruhen und ein paar Bänke zum kleinen Park halt Stadtmitte bitte jetzt bitte mal schlafen oh ihr wollt pennen ach ne redet da von Parks und Blumen und so und ich denke mir was wolltest du von mir pff ich will jetzt erstmal mein ganzes scheiß Inventar loswerden ich will was mal Proji hat das Spiel getreten bist du immer noch in den U-Bahn Schächten? ja wie lange prosten du dafür? es ist Arbeit sowas durchzuführen nur die scheiß Schienen sehen können die scheiß Redstone Mechanik hier pff ach wen hast du jetzt schon wieder gefletscht eigentlich müsste ich das selbe System nochmal bei Olli hinbauen aber ich weiß nicht ob ich mir das antut warum? denn du es immer gemacht hast ist es doch nicht mal so schwer oder? ne 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 ich weiß übrigens nicht wo man meint oh da ist es bin nur bleibendes Fack das wissen wir ein bisschen ach Marco ich wollte nochmal ne Rüstung machen hm? ich würde nochmal an deiner Stelle ne Rüstung machen wieso? weil mein Bogen One Hit ist ich will auch so ein Imber Bogen wie hast du den gemacht? naja Level 30 bei euch und dann habe ich mir einen Bogen gemacht den habe ich einfach nur auf maximal zu verzaubert und dann hatte ich eben mit Unendlichkeit und Stärke 4 oder? ja Stärke 4 und Schlag 1 warte hm wie machen wir hier die? ich bin grad ich bin eigentlich grad eher gewählt die Mitte hier mal ein bisschen voll zu ziehen wieso ist hier Kies drin? weil du behindert bist Steinziegels was ist da gerade explodiert? ich komm von meinen Minenkaden aus Jan das ist überhaupt bloß ein Creeper bloß ein Creeper das ist von mitten auf dem Weg Junge da ist nichts in der Nähe scheiß Alkohol ne äh scheiß Energy ja ja pack die Drogen weg was für Drogen hm du weißt genau wovon ich rede ach die die du mir immer verkaufst ok warte ich glaube ich hab grad ne Idee hast du nicht nen Arsch offen? ne äh gut ich muss dein System auf jeden Fall noch hart modifizieren aber das ist jetzt mal relativ ähm eigentlich ist relativ einfach was ich mal denk was ich machen möchte wirst du eigentlich bis man es dann durchführt dann ist es wieder schwer ne 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 vom Gedanken her ist relativ einfach wir haben einfach eine gerade Linie von Oli zu mir wer kann denken und auf einer Zwischenstation also ich hätte jetzt eigentlich haufenweise Redstone Linien verlegt damit ich weiß wo was ist ja ja so der fährt jetzt wieder zurück zu Oli Station nein tut er nicht der fährt hier jetzt ewig im Kreis ok ach gut zu wissen ich mach grad keine Terraform ich mach grad Terrafüllen ne egal es ist eigentlich relativ einfach die Karren werden von den Endstationen einfach automatisch weggeschickt ja es ist egal was mit den anderen Stationen ist das äh braucht man nicht wissen was mit den anderen Stationen los ist die schickt man einfach weg und wenn bei einer Station ein Karren fehlt dann stellt sich diese Station automatisch die Schiene so um dass es zu ihr fährt egal von wo es kommt und weiter dann hab ich überall immer einen Karren sobald du mit einem fährst verschwindet halt von dort der Karren bei der anderen Seite fährt dann sofort wieder dein Karren den du gerade hattest fährt dann wieder los auf die untere Schiene und wird dann automatisch dort abgefangen wo du wo es fehlt so steht dann immer überall ein Minen-Karren und wenn keiner da ist musst du halt mal 2-3 Sekunden warten bis er ankommt und ja Schwarz Schwarz das Denken ist gut für die Konzentration er hat Haut gesagt ich muss mir die ganzen pinken Schafe ausrotten das geht ja gar nicht mit die armen pinken Schafe alter ne ich rotte hier einfach grad äh random durch die Gegend weh du ey alter lass meine grünen Schafe am Leben hier waren grüne Schafe drin Alter nicht schon wieder ich hab extra grüne Schafe mit drin gemacht jedes Mal sind die weg ähm nein nein da ist noch ein grünes Schaf da ist noch da ist noch ja 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 zumindest eins na doch nicht das ist orange wow ist er fast dasselbe ähm hast du auch drauf geachtet welche du tötest weil ich glaube ich hab nämlich ein Schaf ne das Schaf steht bei dir drinnen wo das Schaf das Schaf steht bei mir drinnen weißt wie scheiß das ist wenn ihr mir immer manchmal äh manchmal erst später antwortet das Schaf das Schaf Marco hat das Spiel verlassen er hat auch keinen Bock mehr gehabt mit dir zusammen zu spielen ey ich muss mal kurz weg ich muss meine Mutter fahren jo viel spaß jetzt sind die jetzt jetzt ist das gekommen was er vorher gesagt hat ja gut dann bis dann ja was hat er vorher gesagt also mal 10 Minuten Macross wahrscheinlich um seine Mutter wohin zu fahren ah ok stört ja nicht ah coca cola schmeckt scheiße ne coca cola schmeckt scheiße ich mag coca cola ich finde ich das verklebt aber bei mir irgendwie so nen Mund oder so wie man das nennen soll naja schmeckt das halt zu süß mhm ich platz hier im Block zack Gras drauf instant ja äh oh High Speed Wachstum wie viele Blöcke 1 2 3 4 god damn ich kann nicht zählen wenn all jeder scheiß Block das selber schaut 3 4 5 6 7 8 9 Meister des Kampfes Achievement 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 oh hast du es mal langsam nein was brauchst du denn noch so viel mein Hirn habe ich so hart mit Logik überfordert dass ich nicht mehr nichts sehen kann was für ne Logik hm hm das brauche ich nicht mehr das brauche ich nicht mehr die brauche ich vielleicht noch das Papier brauche ich auch noch wird es dann kann ich auch noch gut gebrauchen was sind das für Leckspikes hier ach komm pack mir die weg ah erstmal machen es erstmal so ich habe jetzt mal alles mal noch ein bisschen höher gemacht so eine Ebene ne ok also wir hatten doch da wo der Weg so lang geht so ähm zu Doppeltreppen drin gehabt ne weil dann immer so eine kleine Schucht war die hab ich grad mal ausgefüllt weil hier so der Mockplatz in Anführungsstrichen herkommt oder wie sollte man sowas nennen oder wie sollte man sowas nennen wenn wir was springen bringen naja ich wollte ja noch andere Suite mitnehmen ich vollhank wo Leckspikes sind da komme ich nicht klar mit ich finde es grad so richtig schön Flo weil wir sind hier grad mit einer Aufnahme da würde ich gerne mal ein bisschen reden ich würde auch gerne reden wenn man ping nicht scheiße wäre warum ist der ping grad scheiße ich hab keine ahnung 500 ihm ne die macht nix vielleicht deine Schwester vielleicht zieht grad irgendjemand was aus dem internet jetzt sind wir wieder bei 180 das ist ein 180 das ist trotzdem mal scheiße ich finde diese Standard-Router-Passwörter so geil Admin Admin oder Passwort 12345 hatte ich auch schon mal Downlink ist bei 1300 KB aber nicht viel 2600 da lädt jemand was runter hab ich dir doch gesagt was wirs machen soll ich jetzt die Leute vom internet verbanen hast du doch immer gerne gemacht jetzt gehts wieder runter jetzt ist es vorbei ja habe ich gerne gemacht ja aber dafür habe ich immer Ärger bekommen ab da lädt er schon wieder god damn deine Schwester probiert neue Beauty-Apps aus das beste ist ein Block zu zerstören und dann eine halbe Sekunde warten zu müssen dass es rauskommt hm wie baue ich den denn Cobblestone oder Cleanstone als Boden was meinste Wofür nochmal Flo das hier ist nicht einfach nur wir spielen das hier ist ich nehm auf ja ich weiß aber ich weiß nicht wofür ich hab's dir vor zwei Minuten gesagt denk nach ja und dann kommen Leckprobleme dazu na los denk was wollte ich bauen kann mich an nichts erinnern keine Ahnung es kommt nicht wieder ein Springbrunnen Bänke außenrum so ein Ort Marktplatz achso ne kann ich mich nicht erinnern an Springbrunnen äh mein Haarslap brauchste außenrum nochmal so ganzer Block ist ein bisschen viel für den Springbrunnen ja darum frage ich dich ja wie ich den Boden machen soll nicht den Springbrunnen ich will nicht nur ein Springbrunnen hin machen das sollte ein klein keine Ahnung ein kleiner Porg Marktplatz etc. werden ja komm kuscheln war zufällig grad an deiner U-Bahnstation war nicht kann man was sehen Cleanstone weißt du so so als Boden Cobblestone so ein bisschen am Rand mit hin mit so ein paar äh wie sagt man denn mit so ein paar Blumenkästen oder sowas oder ein paar Büschen halt und ja ja und dann vielleicht noch ein paar Bänke mit hin so um den Springbrunnen herum klingt eigentlich ganz gut klingt eigentlich ganz gut und das ganze aus Cobblestone ist bestimmt auch nicht hübsch ne ne Cobblestone meinst du bei mir in meinem Texture Pack schon? wird's Marco da ernsthaft ne Eisentür hingemacht? ach ja hat er ja bin ich du kannst das aus Cleanstone mal machen weil so schlecht wird's nicht auch schon wenn der Kontrast passt ja Cobblestone, Cleanstone und äh vielleicht ein paar Plätze auseinander zieht wo man sich so lang laufen kann oder so weiter haben wir denn noch Cleanstone? irgendwo haben wir doch bestimmt Marco hat doch ne Menge Cleanstone oder? Marco hat doch ne Menge Cleanstone oder? ja klar ich ca. direkt ja kommt das jetzt wegen den Leck oder kommt das weil du denk 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 also AFK ist das falsche Wort bin unter zu hohem Betrieb ja meiner CPU Processing Pass bei 100% gibst du mal Legs ich schaue mich warum da zu 100% ist an den CPU denk wenn ich am Arbeiten bin so war ich jetzt eigentlich bei dir drüben keiner ähm du machst irgendwas mit der U-Bahn? oh ja ich hab die Fackeln gesetzt äh richtig gesetzt gehabt ok gedacht scheiße ach Marco ich hau nicht du weißt wieso denn? ah hm weil er keinen Knopf drinnen gepackt hat man hat keinen Knopf drinnen weißt du in wenn du in den Keller runter gehst also nur von außen? hm na isentür gut gut job Marco jetzt drückst du den Knopf gehst runter guckst hoch aha zum Glück hast du Cleanstone in der Tasche kannst du mal schnell Knopf damit machen soo jetzt hoffe ich gleich wieder buddeln warte mal ich brauche noch meine Behutsamkeit Spitzhacke damit ich den Cleanstone auch immer schön abbauen kann Glück Glück Behutsamkeit da haben wir sie auch scheiße was denn? 2 1